Hallo und Willkommen im Tempel der Jade-Schlange, der ersten Instanz von Mists of Pandaria. Wir befinden uns hier bei dem ersten Boss, der Weiße Maru, und dieser unterteilt sich in zwei Phasen. Am Anfang befindet er sich, so wie Hagara, in einer Kuppel, wo er nicht attackiert werden kann. In dieser Phase beschwört er Elementare, die er einfach töten müsst, und währenddessen müsst ihr auf die Wassereffekte am Boden achten, und auf seinen Kars, da müsst ihr sofort ausweichen, da dies sehr viel Schaden verursacht. Sobald ihr eines der Elementare getötet habt, erscheint aus diesen Elementar drei kleinere Ads, die im Nachhinein auch getötet werden müssen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Sobald ihr nun alle Ads getötet habt, beginnt Phase 2. In dieser Phase castet der Boss eine Wasserwelle nach vorne, also das ist dieser Wasserstrahl, den ihr seht. Ihr könnt diesen ganz einfach ausweichen, indem er einfach euch hinter dem Boss mitläuft. Wenn ihr das so wie ich macht und nicht ausweicht, dann erleidet ihr zwischen 70.000 und 90.000 Schaden. Also in der normalen Version der Instanz eigentlich noch überhaupt kein Problem. Ansonsten, wenn ihr diesen Schaden vermeiden wollt und euren Healer etwas entlasten, läuft ihr einfach mit eurer Gruppe mit, also hinter dem Boss, und lasst euch von diesen Strahlen nicht treffen. Nun, da der Boss tot ist, müssen wir ihn nur noch looten. Wie ihr gleich sehen werdet, erhält ihr in den Instanzen Item Level 410. Das sind die blauen Gegenstände. Nun kommen wir gleich zu Boss Nummer 2. Auch dieser Boss wieder, also Sau der Sonnenbewahrer, entdeilt sich in zwei Phasen. Zuerst müsst ihr diese leuchtenden Sterne, die ihr vor euch seht, die müsst ihr zuerst zerstören. Danach erscheinen sehr sehr viele Ads, die müsst ihr alle töten. Und danach beginnt erst der richtige Bosskampf. Wir attackieren hier nun die Sterne. Wie ihr auch seht, erscheinen auch solche Tornados im gesamten Raum. Also von diesen dürft ihr euch nicht treffen lassen, da diese sehr viel Schaden verursachen. Es spawnen auch immer wieder Ads, sobald ihr einen Stern zerstört habt. Diese zieht ihr am besten zusammen und bombt sie weg. Das war's für heute. Sobald ihr dann alle Ads gedötet habt, seht ihr wie der Sonnenpivara die letzten erscheinenden Ads aufsaugt und böse wird. Dies ist das Zeichen für euch oder das Signal nun auf den Boss zu gehen. Ab da ist er auch attackierbar, er verhält sich im Prinzip wie ein Hunter, das bedeutet er hat einen fairen Angriff, der relativ viel Schaden verursacht, aber ansonsten keine weiteren Abilities. Nun befinden wir uns beim dritten Boss im Tempel der Jadeschlange, Belio Flammenherz. Nachdem ihr den gesamten Raum gecleared habt, von den Ads erscheint dieser Pandare. Er verhält sich ein bisschen wie Ragnar aus, wie ihr gerade gesehen habt, erscheinen vier Flammenwellen, die gerade nach außen hin verlaufen. Diesen müsst ihr einfach ausweichen und sobald der Boss auf 50% droppt, geht er in eine zweite Phase über. Von der Game-Mechanik her ändert sich nicht viel, nur die Flammen, die nun erscheinen, sind nun grün und hinterlassen auf dem Boden einen Effekt, also ein Nachbrennen, in dem ihr sehr viel Schaden erleidet. Wenn ihr den Boss dann noch weiter runtergebracht habt, verwandelt dieser sich in einen Drachen und dieser Drache schießt auf euch, eben wie ihr es gerade gesehen habt, zu grünen Pfützen ab. Das ist der gleiche Bodeneffekt wie vorher bei den Flammen, hier müsst ihr einfach nur rauslaufen. Wir befinden uns hier nun beim End-Boss aus der ersten Instanz von Mists of Pandaria. Und dieser End-Boss hat zwei Phasen, beziehungsweise eine Phase und eine Zwischenphase, in der er Ads spawnen lässt. Daher solltet ihr euch am besten zusammenstellen. Wir haben hier für einen Spieler einen Mark gegeben. In dieser Zwischenphase sammeln wir uns dann bei diesem Spieler mit dem grünen Mark. Ihr seht nun gleich, dass die Zwischenphase eintritt. In dieser Zwischenphase wird von jedem Spieler aus eurer Gruppe ein Abbild erstellt. Und diese Abbilder müssen dann in einer relativ kurzen Zeit getötet werden, da sie eine Art Energie hochstacken. Diese Energie geht bis 30, aber er schafft es im Normalfall ohne Probleme, sie zuvor zu töten. Sobald alle getötet wurden, erscheint der Boss wieder und das ganze Spiel beginnt von vorne. Untertitelung des ZDF-Tip. Amen. Nun stirbt der Boss gleich und wir sind auch schon am Ende der ersten Instanz von Mists of Pandaria.